Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 5. In der letzten Folge haben wir mit Trevor einen Hafen ausgekundschaftet, den wir auch ausräumen wollen. Aber wir müssen dafür Flugstunden nehmen und Gelb ist jetzt eine andere Mission. Jetzt sind wir bei der Agency schon wieder unterwegs. Ich wäre direkt unter einem Mikroskop, ein Mikroskop von Burekratik, und das würde es sehr schwierig halten, zu behalten. Oh, well, boo-hoo-hoo-hoo-hoo für dich. Du weißt, wer anderen Probleme hat, zu behalten, Scheiße? Ich, nachdem du Trevor in hast, auf das. Ich habe ihn nur nachdem, nachdem du deine Anbieter geliebt hast. Townley's taking scores wieder. Die Los Santos Reboot. Wenn wir nicht kontrollieren die Situation, und nicht eine Erde, diese Verbindung, dann was? Dann, Trevor flips out, beheads mich, kille meine Familie, oder racisme als seine eigene. Ich weiß nicht, welcher ist. Insofern, das kann jederzeit passieren. Slow down. Let's think this through. Was weiß er? Er weiß, dass ich bin. Er weiß, dass ich Geld habe. Und jetzt weiß, dass ich mit der FIB arbeite. Er weiß, wie lange du mit dem FIB? Wie lange? Was für das ist? Was das matter? Either you were working with us before the Cash Depot job, you walked your crew into an ambush, one of them spent ten years on the run, and the other landed in a federal penitentiary, or, or, we stumbled on the Cash Depot job, Brad went down, you went down, Trevor got away, the FIB cut you a deal on your sickbed, faked your death, and you end up here. Who's to say which of those is true? That there's any doubt, probably accounts for you being alive. Back there? Trevor made you right away. The second he saw you. You remember after the bust? I was in all the papers. I was on the evening news. The man who killed Michael Townley. Yeah, I was quite a trophy. A good head to hang on your wall. Back then sure. Not that. Okay, aber die Frage ist, welche der Visionen stimmt jetzt? Hat Michael schon vor dem Unfall mit den Leuten zusammengearbeitet oder nicht? Äh, vor dem Raubüberfall. This is bullshit. This place, Davey, they've been shooting the real cunts of suburbia here the last few weeks. No way that's your guy. Shit. You need anything? You are kidding me. I'll call Steve. Wrong house. This guy isn't our guy. Okay, okay, okay. You sure you don't want to silence him just to make sure? We're silencing someone, we're silencing the right somewhere. Get me another address. Cut. Hey, you want a coffee? Can I get you anything? Okay. Ich darf ihn also nicht töten. Give me what you want. Huh, man? Also in der Linenspritze, okay. Ah ja, ah ja, ah ja, ah ja. Machen wir den hier. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt mache. Nägel ziehen? Darf ich das überhaupt auf YouTube zeigen? Ich muss nur die Läser... Alter, ich zieh dem gerade echt einen Zahn. Ah, 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 ah! Best way to make a man talk is to stop him being able to talk. That hurts too much. Mr. Phillips, ask him about Tahir Javan. What did you ask me? I know Tahir. I did this home theater. He lives in Chumash. They're right on the western highway. But that wasn't so tough, was it? also foltern wir jetzt einen typen und nebenbei waren wir auch noch durch ganz los santos um einen typen zu finden okay ja warum nicht ich brauche eine Resoluzung, Davey, du lässt ihn gehen, du sagst, du sagst, du sagst die ganze Sache zurück in North Yankton und du sagst mir, es wäre ein guter Job, keine casualität, da waren mehr auf diese Stadt, als sie brauchten ja, also, in meinen Augen, Travers ist dein Problem, Dave, als er ist mein, er ist kein Problem, wir haben ihn es ist kein Problem überhaupt, wir schauen ihn hat er gesagt, was über Brad gesagt? fuck yeah, he has plenty ich keep changing the subject you know, he thinks you might actually commute Brad's sentence when this is all over that's good, fine work we'll send another letter, it's about time anyway oh, so that's you who's been sending those fucking letters to Trevor, huh? yeah, he thinks they're from Brad, who he thinks is locked up in high security and not, well, not six feet under in a grave marked of Michael in town the train is right for me, it's a good exercise yeah, the fuck how did that get started? a few years ago, a letter came to the federal prison system, addressed to Brad it wasn't signed, but it gave a PO box in Sandy Shores I played the part of Brad and we started a correspondence yeah, thanks for telling me, Davey I was doing you a favor didn't think you want to know, he was in the same state okay, dann ist der letzte von der Mannschaft also quartäglich tot und der, der vergraben wurde, statt Michael, okay okay find out who we're looking for yeah, we need a description of the target yeah, uh, I'll take care of it loosen him up no, no, please, I tell you what you want no, no, please Sparky, Sparky you're going to kill me der ist fast down der muss runter der geht drauf der geht drauf komm schon, was muss ich hier machen der geht mir noch drauf, wenn ich nicht aufhöre komm schon, Kumpel ich darf den Typ nicht umbringen ich darf den Typ nicht umbringen was mach ich denn was mach ich denn hä äh 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 ähm äh Du hast meine Augen, Talni. Was hast du gesehen? Ich sehe ein paar Leute, die zu alt und zu fatten sind, um eine Politische assassination zu tun. Wir sind live. Du hast jemanden da da, die in Azerbegini sein könnte? Ich weiß. Du bist in Azerbegini, für alle ich weiß. Wie sieht einer aus? Sie sieht aus. Die Stadt sieht aus, Davy. Du musst folgen der Shah und der Collapse des Kommunismus für das. Werden? 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 Sie sind alle zusammen. Mach einen Telefon, Dave. Wir brauchen noch mehr Informationen auf diesen Mann. Sie haben eine Party da unten. Wechseln wir zu Trevor. Er braucht eine Spritze. Ich weiß nicht, dass ich hierklage habe. D Seine von einer Party, dass das total lektisch wäre. Ich werde sterben. Ich werde. Ich werde! Wie mache ich hier gerade? Ich werde! Mein Mund! Ich werde! Ich werde... Ich werde. Die Weng. Oh, du! Ja, ich drücke doch nicht die ganze Zeit so nach vorne. Der stirbt mir sonst weg. Und wenn wir den wegsterben, dann haben wir gar nichts mehr. Es passiert aber nichts mit ihm gerade. Dann machen wir halt das. Der verreckt uns gleich. Der verreckt uns gleich. Trevor, nimmst du mal das Zeug weg? Der verreckt uns gleich. Immer bei der Fork. Das ist meine Meinung. Help mich pick this up. Lass mich auf. Lass mich auf. Der Regierung weiß was besser für dich. Dann der Regierung will mich. So, was hast du für uns? Wir brauchen Trev, um deine Erinnerung wieder zu machen? Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das hat Angst. Er hat Beard, er hat Beard. Er hat Beard. Er hat Beard. Er hat Beard. Ich glaube, Sie machen das nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich bin ehrlich. Er hat Beard. Er hat Beard? Er hat Beard? Weil das alles Mr. K hat uns gegeben. Nein. Ich glaube, wir können nur zwei Böder nehmen und sie in unseren Reformen. Und nur auf der Airstrike auf Chumach Beach. Ich brauche Augen auf dieser Beard. Pick auf die Scope und mir ein Report. Wer bin ich für die Frage? Steve sagt Beard. Was hast du? Ach komm. Oh, der Typ. Tut mir leid jetzt schon. Ich glaube, er braucht mal eine Spritze. Normal war alles durchgehabt. Ach du Kacke. Okay, perfekt. Ich sage jetzt gleich schon mal aus medizinischer Sicht. So was funktioniert bei einer Herz-Lungen-Wiederbelebung vielleicht mit Adrenalin. Aber nicht so. Aiche… Okay. мечte gotein! Ha associations an diesenarden blövendigıligen. Ich weiß so, was der Bes steady für dich ganz. Und in fez tres Lebens eliminiert! Smart Kaden kann das geläacy. Ich weiß, nein esلام auch nicht. Von Tayмов leaving. Monsieur Büder knewig! Er hat schnell zwei, 한국. Und in plagiar renting GmbH? Der ist Rechtshänder hier. Der ist Rechtshänder. Der ist rechtshänder. Der ist rechtshänder. Was ist denn? Das war der Mann. Ich hatte eine Gefühle. Es wird erholen. Bem, wir haben ihn. Es ist fertig. Das ist ein Wettbewerb, meine Freunde. Wettbewerb mit euch. Jetzt habe ich ein Wettbewerb für mich. Also, Trevor, wenn Sie sich um Herr K., ich denke, dass wir alle bereit sind. Was du willst mit ihm? Ich würde sagen, dass er ein Wettbewerb hat. Oh, komm mal bitte. Shut up! Das ist ein Wettbewerb. Let's go, komm mal. W-Wage take me to... Let's just go, okay? I ain't gonna let those G-man fucking scumbags tell me what to do. You just torture me. Don't ask too many fucking questions. Let's go, get up. Come on, up the fucking stairs. Der wird gleich erschossen. Der überlebt doch keinen Flug. Ich sag nur, der überlebt keinen Flug. Okay, und wenn wir die Mission geschafft haben, dann machen wir Flugstunden. Das ist ein Wettbewerb. Es tut. Kannst du sprechen? Kind of. Kannst du das zusammenfassen? Ich möchte nach Hause. Ich möchte meine Familie sehen. Nein, 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 nein. Du hast keine Hause. Du hast keine Familie. Du hast keine Familie. Das blöch ist vorbei. Ich mache. Ich mache sie sehr viel. Ich liebe sie. Nein, das ist deine alte Leben. Das ist jetzt vorbei. Du bist auf die Grenze. Du bist einer der Invisible. Ich nehme mich nach Hause. Ich nehme dich nach dem Flugzeug. Du wirst auf ein Flugzeug. Du fliehst lange weg von diesem Land, und du wirst deine Botschaft. Ich habe keine Botschaft. Du bist eine Betriebe. Betriebe. Betriebe? Die Medien und die Regierung würden uns glauben, dass die Betriebe ist eine Sache notwendig. Wir brauchen Informationen. Wir brauchen Informationen. Wir haben uns keine Informationen aus dir. Ich habe dir gesagt, ich werde dir alles geben. Genau. Verkaufst du für den Verkaufst. Oder den Mann, der Verkaufst du für den Verkaufst. Du verkaufst du für die guten Zeiten. Wir sollten alle sagen, dass es nicht als ein Wunsch zu bekommen. Ich bin sehr lightheaded. Manchmal verkaufst du für den Verkaufst. Aber nur wenn sie bereit sind. Ich bin sehr unwell. Ich bin mit dir. Jesus Christ, ich bin sehr glücklich. Ich dachte, dass wir wirklich verbunden sind. Aber jetzt habe ich meine Gefühle. Entschuldigung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Perfekt. Dann machen wir jetzt Fahrstab. der flugstunden so erst mal auf flugstunden und hoffen dass wir es hinkriegen ach das ist die handbremse r1 ist handbremse naja dann einfach gas geben hier ok perfekt perfekt dann einfach zu flugstunden also ich weiß jetzt nicht was mit dem anruf erwarten sondern ich meine trevor macht michael macht ihr geht ja schon in professionelle hilfe ich meine was soll man sonst machen der typ ist dem typen ist aber nicht zu helfen wir müssen dann die flugschule mit michael schauen wir mal ob wir das hinkriegen ich hoffe doch ich hoffe doch übung start ich krieg hier alles ich glaube ich brauche den helikopter flug brauche ich auch ich habe mich allerdings nicht sicher mein Name ist jackson mit james und ich werde dein instruktor erstes zuerst schauen wir schauen ob wir dich in die Luft ohne sich zu töten oder jemanden Okay. Okay, perfekt, 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 perfekt. Das ist ja easy gewesen gerade. Ja, das ist auch relativ einfach, wenn man weiß, wie man es machen muss. Aber wenn man es nicht weiß, dann ist es vorbei. Landung auf der Rollbahn. Okay. Okay. Start reducing the plane's altitude gradually so you're just above the runway as you approach. Be sure to deploy the landing gear before you reach the runway. Start to decelerate while you're still in the air. Ja, ich bin schon auf dem Boden, mein Freund. Ich bin schon auf dem Boden der Tatsachen. Ja, ja. Kumpel, ich bin durchgefahren. Kumpel, ich bin durch das Ziel gefahren. What the fuck? Oder hätte ich da drin landen müssen, äh, stehen bleiben müssen? Ich hätte wahrscheinlich stehen bleiben müssen auf dem Kack, oder? Start reducing the plane's altitude gradually so you're just above the runway as you approach. Be sure to deploy the landing gear before you reach the runway. Start to decelerate while you're still in the air. But be careful not to stall the engines. So, hier, perfekt. Jetzt stehen wir perfekt da. Dann hätte ich tatsächlich dort landen müssen. Egal, perfekt. Hat gepasst jetzt, wie es war. Wie lange habe ich denn gebraucht? 36 Sekunden. Egal, Kopfüberflug kommt jetzt. Okay. 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 All right, pilot. It's time for us to get a little crazy. First, I want you to get some altitude and head for that checkpoint mark at the end of the runway. So. Yeah. Good. Okay. Let's see what you got. On my mark, perform a barrel roll by pulling your flight stick to the left or right. Okay. Perform a barrel roll. Stones of Steel. I like it. Now let's try a few of those in a row. Level out your plane and get ready. Yeah, I'm already there. I want to see you do three barrel rolls in a row on my signal. Watch your altitude on this one. Okay. Perform three barrel rolls in a row. Very nice. Are you getting dizzy in there yet? Okay. Go ahead and level out the plane again. Now let's see how you do upside down. On my word, roll over the plane and hold it steady. Okay. Roll the plane upside down. Roll the plane upside down for several seconds. Ah ja, dann. Perfekt. Bündchen auf dem Rückenflug. Perfekt, doch. Roll the plane right side up. Great work out there today. I'll teach you some more moves next time. Kopfüberflug bestanden. Okay. Müssen wir eigentlich die komplette Flugschule durchmachen oder nicht? Zehn Sekunden. Ich hab doch keine Ahnung. Ich glaub, wir brauchen die Helikopterflüge. Okay. Und wenn wir die haben, können wir das weitermachen. This lesson will help you build your stick- and rudder skills. You have to keep your plane steady while rolled over on either side. Perfekting this trick will really come in handy in the later lessons. Ist das eigentlich Trevors Stimme, die ich da höre? Aber das hört sich... oder nicht? Das hört sich nämlich so ähnlich an. Ich bin da. Ich bin da. Okay, perform a knife edge. Perfekt. Now hold that position. Don't forget to use your rudders to maintain altitude. So. Ah, so. Verstanden. Level up the plane. Verstanden. Ich fliege doch schon nach oben, Kumpel. Kumpel? Wie weit soll ich denn noch hoch? Hä? Hä? Gut. Let's see if you can do the same thing on the other side. On my mark, roll your plane over to the opposite side and hold the position. Okay. Perform a knife edge on the other side. Level up the plane. Well, you're definitely making some progress. Well done. Ach so, nicht Level ups nach oben, sondern gerade... Ah, ja, dann. War mein Fehler. Sorry. Mein Fehler. Mach mal den Tiefflug mal. Ja, das wird bestimmt ein bisschen interessant. Ja, das wird bestimmt interessant. Okay, nicht tief, nicht zu hoch und nicht zu tief. So. Dann einfach jetzt den Checkpoint wieder her. Aber was brauchen wir für die Mission? Ich hätte doch einfach den Tiefseetaucher nehmen sollen, glaube ich. Ich glaube, da müssten wir jetzt keine Flugstunden mit Michael machen. Da hätte ich den anderen Plan genommen. Aber ich glaube, da hätte ich einen Sprengstoff... ...ääh... ...beschaffen müssen. Aber ich habe doch keine Ahnung, was beim anderen passiert wäre. Ich hätte schon Bock gehabt, das Schiff in die Luft zu sprengen, aber ich glaube, da wäre die Flucht ein bisschen bescheuert gewesen. Hier muss ich ja nur die Küstenwache und die Luftsachen aus... ...äähm... ...die Küstenwache abhängen, glaube ich. Ich glaube, das ist alles. Danke. So. Komm. Gut. Haben wir es jetzt langsam. Noch nicht, wie es ausschaut. Da vorne, da vorne, da vorne. Perfekt. Und sogar Goldmedaille eventuell. Das sollte funktionieren mit der Goldmedaille. Komm. So ganz knapp schaffen wir es, oder? Ja, die Goldmedaille ist tatsächlich ganz knapp geschafft. Tiefflug geschafft. Jetzt brauchen wir Helikopterflug, bitte. Ich brauche den Heliflug. Es kommt noch. Aufsetzen. Helikorp. Und ich glaube, wenn wir das Helikorpus geschafft haben, dann ist es vorbei. Ich glaube, die zwei Sachen muss ich noch machen. Die drei. Und dann war es das. Hoffe ich. Okay. Ja. 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 Ich glaube, das ist wirklich gut. ich muss echt da landen ach komm echt jetzt we go okay do you see your checkpoint marked on the radar you're gonna practice an emergency landing on that bridge straight ahead slow your approach as you descend onto the road if you touch down smoothly your plane is gonna stop pretty fast dürfte ich jetzt wissen warum das jetzt gerade zerstört ist wenn ich die ganze zeit genauso gelandet bin eigentlich ey komm game jetzt verkack ich echt die landung aber was ist das für ein flugzeug okay you see your checkpoint marked on the radar you're gonna practice an emergency landing on that bridge straight ahead fliegen 80 haben wir jetzt erreicht mit michael okay fliegen 80 von 100 das ist doch mal als loopings und den helikurs und dann war's das dann bin ich auch die folge okay perfekt dann gas geben wir geben zum ersten kontrollpunkt okay da kommen noch mehr always make sure your plane is straightened out before you attempt an inside loop on my mark pull back hard on the flight stick and hold it okay perform an inside loop get ready to level out the plane when you're near the end of the loop perfect perfect with the barrel roll but only go halfway when you're fully inverted then roll the plate over now when I give you the go ahead yank the flight stick back as hard as you can ready perform a roll off the top ... ... ... ... ... ... Hey, what the fuck? Halber looping. Hey, rechte Seite oben, mach ich doch. Game, dann sag mir doch, was ich machen soll. Ich mach doch deinen Kack. Du sagtest, rechte Seite nach oben, hab ich grad gehabt. Alter, what the fuck? Ja, ich versteh schon. Ich weiß, was ich hier machen muss. Ja, das versteh ich noch, aber danach ist vorbei. Eine Fassrolle auf rechte Seite, dann sag mir das doch. Das war's. Hä, das soll doch so machen, oder nicht? Ich mach doch einen halben Looping. Hä? Ja, ja, danke. Wenigstens das hast du mir jetzt gesagt. Danke. Mach mal noch den Helikurs und das war's dann. Dann kam ich die Fahrschule, äh, Flugschule mal. Dann haben wir jetzt auch die Hälfte der Folge Flugschule gemacht. Und den Kurs brauchen wir ja, für unsere Mission. Wir sind ja schon hier geflogen. Wir sind ja schon hier geflogen. Ja, das ist fliegen ist irgendwie bescheuert. Na, das ist schwieriger halt. Finde ich jetzt als normales Flugzeugfliegen. Und der Brücken durch. Und dann haben wir hier lang. Ja, sorry, dass ich grad ein bisschen weniger rede. Ich muss halt schauen, dass ich jetzt keinen Fehler mache. Weil ich möchte die Folge danach gern beenden. Gott, ich dachte grad schon, Fehler. Aber noch nicht. Ah, es wäre so schön, wenn man den Flugschein tatsächlich so einfach gewinnen könnte. Äh, holen könnte. Aber dazu muss man tatsächlich sehr viel machen. Und sehr viel Geld zahlen. So. Ich muss jetzt durch ein Wohngebiet durchfahren. Fliegen. Na dann, wenn du das willst, Game, dann machen wir das doch. Warum fliege ich auch als Fluganfänger? Mit einem ersten, mit einem ersten Helikopterflug. Danke, Flugschrauber, dass du nach vorne fliegen sollst, bitte. Falsche Richtung. Äh, meine Fresse. Warum fliege ich auch als Fluganfänger? Beim ersten Helikopterflug durch die Stadt. So. So. So, einmal hier. So. Bro, wie weit willst du denn noch, dass ich fliege? Bro, what? Ist da hinten nicht mal das Ziel. Das heißt, ich verkackt wahrscheinlich, weil ich zu lange gebraucht habe. Richtig. Ja, ich glaube, ich verkackt die Mission, weil ich zu lange gebraucht habe, ja. Aber auch nur, weil ich wahrscheinlich gedonnert bin. Ja, der Wagen ist, der Heli gibt gleich den Geist auf. Das ist das Problem. Komm. Wenn du mir jetzt sagst, dass ich gleich verkackt habe. There's the landing pad. Go ahead and set her down nice and easy. Awesome. Game. Tschüss. Tschüss. Game. Dass es am Schluss kaputt geht. Ist doch nicht meine Schuld. Beim Landen im Arsch. Ich will euch beenden. Danke. Reicht es für Trevor? Ich glaube nicht. Na, jetzt machen wir nächste Folge nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Euer Gladius. Ich glaube nicht. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020